Hallo, ich bin Florian Zobel. Ich bin in einem kleinen Dorf im Mannswehrland aufgewachsen, habe dann in Halle studiert und bin nach meinem Studium Richtung Eichsfeld aufgebrochen. Da ist auch jetzt meine erste Fahrstelle in Groß Töpfer am Höfensberg im Südeichsfeld. Ich freue mich besonders auf die ökumenische Arbeit. Ich mag unsere katholischen Brüder und Schwestern und freue mich auf viel, viel Austausch dort im Südeichsfeld. Das ist auch das, was ich mir von unserer Landeskirche wünsche, dass wir mehr Ökumene wagen. In der Bibel heißt es so schön, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe und vielleicht irgendwann auch wieder eine Kirche. Also, darauf freue ich mich.